Nachdenkseiten Die kritische Website Remigration made in EU Wie Lettland knapp 1000 Russen vertreiben will und sich niemand darüber aufregt Von Leo Ensel Mit rigiden Maßnahmen versuchen die lettischen Behörden der russischstämmigen Minderheit im Lande das Leben zu vergellen. Wer einen Sprachtest nicht besteht, dem droht die Ausweisung. Und sowohl Brüssel wie auch die anständigen Aufständigen der westlichen Zivilgesellschaft schweigen. Mit freundlicher Genehmigung von GlobalBridge.ch Wie nennt man es, wenn an die 1000 Menschen einer ethnischen Minderheit, die aber rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung stellt, gezwungen werden, Innerhalb kürzester Zeit das Land, in dem sie seit Jahrzehnten friedlich leben, zu verlassen, nur weil sie den erforderlichen Sprachtest nicht bestanden haben oder, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht absolviert haben? Ja, genau. Remigration ist nicht etwa nur ein finsteres Konzept, das deutsche und österreichische Rechtsradikale Kladistin diskutieren und gegen das Hunderttausende sich selbst als anständig definierende Deutsche seit Wochen auf die Straße gehen. Sie ist in der EU bereits krude Realität. Und zwar ohne, dass sich jemand groß darüber aufregt, geschweige denn, dagegen demonstriert. Sprachtest oder Remigration Konkret Fast 1000 in Lettland lebende ethnische Russen haben, wie der Deutschlandfunk am 25. Januar berichtete, gerade einen Brief der Migrationsbehörde erhalten, der sie zur Ausreise innerhalb weniger Tage auffordert. Ihr Verbrechen Sie verfügen, tatsächlich oder angeblich, über keine ausreichenden Kenntnisse der lettischen Sprache. Genauer, sie haben das nicht offiziell nachgewiesen. Diese Maßnahme ist Resultat einer Verschärfung des lettischen Ausländerrechts vom Herbst 2022, die sich gezielt gegen die russischstämmige Minderheit im Lande, immerhin fast 25 Prozent der 1,9 Millionen Einwohner, viele von ihnen sogenannte Nichtbürger, richtet. Sie sieht als Bedingung für eine neue Aufenthaltsgenehmigung einen obligatorischen Sprachtest vor. Ethnische Russen sind zudem verpflichtet, einen Fragebogen auszufüllen, wo sie ihren Aufenthalt penibel genau belegen müssen und obendrein nach ihrer Meinung zur Annexion der Krim befragt werden. Kontrollmaßnahmen, die viele an die Sowjetzeit erinnern. Besonders hart, so die Korrespondentin aus dem Baltikum, Julia Wäschenbach, träfe diese Maßnahmen die im Osten Lettlands lebenden Russen und dort wiederum die alten Menschen. Zitat Die russischsprachige Minderheit in Lettland ist sehr groß und im Osten des Landes ist es gar nicht nötig, Lettisch zu können. Dort sprechen die Menschen im Alltag weitgehend Russisch. Man kann da völlig integriert sein, ohne ein Wort Lettisch zu beherrschen. Dieser Sprachtest war deshalb für viele ein riesiges Problem, vor allem für die älteren Menschen und die Leute, die jetzt ihr ganzes Leben lang in Lettland gelebt haben. Für sie ist es natürlich ihre Heimat, obwohl sie nicht Lettisch sprechen und sie fühlen sich durch diese neuen Forderungen erniedrigt und infrage gestellt. Zitat Ende Immerhin seien die meisten russischstämmigen Menschen in Lettland der Aufforderung nachgekommen, bis auf ungefähr 2500 Personen, wie lettische Medien berichteten. Die Gründe dafür seien unklar, sei es Trotz, sei es Unkenntnis der geforderten Maßnahmen, sei es, weil sie das Land schon verlassen oder sich inzwischen doch noch zum Sprachtest angemeldet hätten. Rund 1000 Menschen jedenfalls seien von der Migrationsbehörde aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Allerdings kann man nicht sagen, wie viele sich schon aufgemacht haben, das Land zu verlassen. Die müssen nämlich jetzt innerhalb von zwei Wochen erstmal entweder eine Aufenthaltserlaubnis beantragen oder um extra Zeit für die Ausreise bitten oder den Behörden Bescheid geben, wann sie das Land verlassen oder ob sie dies bereits getan haben. Wie viele also tatsächlich das Land verlassen werden, ist noch nicht klar. Wer lettisch kann, ist kein Russe mehr? Und warum dies alles? Die offizielle Begründung sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn sie ist einigermaßen abenteuerlich. Die lettischen Behörden, so Weschenbach befürchteten, Putin könne die russischsprachige Minderheit in Lettland als Vorwand nutzen, um gegen das Land vorzugehen. Ähnlich habe er ja vor zwei Jahren auch in Bezug auf die Ukraine argumentiert und gehandelt. Die lettische Konsequenz, obligatorische Sprachtests und Verschärfung der Anforderungen für die Aufenthaltsgenehmigung oder Remigration, die hier besonders die alten und sozialen Schwachen treffen wird. Offenbar geht man im ersten Fall davon aus, dass Russen, die die lettische Sprache perfekt beherrschen, von Putin nicht mehr als schützenswerte Landsleute anerkannt werden. Was allerdings die zweite Maßnahme angeht, so erinnert sie frappant an die stalinischen Deportationen unliebsamer nationaler Minderheiten, wie zum Beispiel die Russlanddeutschen im Herbst 1941 in die zentralasiatischen Steppen, von denen er befürchtete, sie könnten sich im Kriegsfalle als fünfte Kolonne des Feindes entpuppen. So oder so, beide Maßnahmen dürften sich im Ernstfall als wenig effektiv erweisen, sollte Putin tatsächlich wie befürchtet vorgehen. Denn einerseits ist es äußerst unwahrscheinlich, alle Russischsprachigen in Lettland im Senkrechtstaat auf C2-Niveau in Lettisch zu trimmen, andererseits dürften flächendeckende Ausweisungen seiner Landsleute den Herrn im Kreml vermutlich erst recht provozieren. Sprachpolizei in Restaurants Es geht in Wirklichkeit also offenbar darum, den Russen das Leben in Lettland so weit zu vermiesen, dass sie früher oder später freiwillig das Weite suchen. Immerhin sind nicht nur russische Denkmäler abgerissen worden, mittlerweile prüft, so Julia Weschenbach, schon eine behördliche Sprachpolizei in den Restaurants die Speisekarten auf die korrekten lettischen Bezeichnungen. Kurz, alles, was irgendwie noch ans Russische erinnert, ist nicht willkommen, was von der russischen Community Lettlands auch scharf kritisiert wird und für das Verhältnis zu Russland völlig kontraproduktiv ist. Und die EU? Hier scheint sich niemand darüber aufzuregen. Sind ja alles Russen. Wieder mal lassen die doppelten Standards grüßen. Und das gilt nicht etwa nur für die offizielle Politik, sondern auch für die vielbeschworene Zivilgesellschaft. Sprich, für die Hunderttausenden der anständigen Aufständigen beziehungsweise aufständigen Anständigen, die sich schon längst wieder im Schlafe der Gerechten wiegen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.